So langsam aber fast sicher trotten wir aus dem winterlichen und grauen Flair allmählich in den Frühling oder in den Vorfrühling hinein, wie hier am Beispiel Schwerin. Ich muss zugeben, dieser Lauf hier, das GFS, der Hauptlauf, ist da schon sehr optimistisch auch im Nordosten über viele Tage zweistellige Plusgrade zu bringen. Sogar die Tiefstwerte wären dann im zweistelligen Plus Bereich. Das kann nur dann mit Wind einhergehen und Wolken. Aber es gibt eine Phase, die wird freundlicher und milder in der nächsten Woche. Noch schaut so aus wie der Anzug grau in grau und das in weiten Teilen Deutschlands und dazu ist es noch kalt und windig. Die Strömung kommt aus südöstlichen Richtungen und bodennah ist sie noch relativ kalt, wobei jetzt im Süden schon wieder allmählich etwas mildere Luft kommen wird. In der Nacht grau in grau, alles wie gehabt, vereinzelt ein paar Schneeflocken, nur wenige Wolkenlücken. Tiefstwerte zwischen minus ein Grad im Südwesten und minus acht Grad im Nordosten. Tagsüber grau in grau, es tut sich wenig. Am Westrand der Berge, da kommt mal die Sonne zum Zuge. Nicht überall, aber die Chancen steigen eben. Die Temperaturen liegen im Südwesten im Plusbereich, im Nordosten im Minusbereich und durch den Wind hier fühlt sich das Ganze richtig unangenehm und beißend auf der Haut an. Am Samstag starten wir, bitte nicht die Augen reiben oder denken, irgendwas stimmt da nicht, mit sonst was. Im Nordwesten überquert uns ein kleines Schneefallgebiet. Es kann auch in NRW am Vormittag ein bisschen Schneeregen und nassen Schnee geben. Das Ganze zieht sich Richtung Niedersachsen und Schleswig-Holstein zurück. Später lockern die Wolken auf. Im Südwesten ist es recht mild mit bis zu acht Grad und dann verläuft hier diagonal über Deutschland die Luftmassengrenze und die recht kalte Luft im Nordosten bleibt hier. Der Schnee damit auch liegen. Im Südwesten, wenn da ein paar Flocken gefallen sind, taut das Ganze sofort weg. Am Sonntag ist noch der letzte graue Tag mit vielen Wolken und ein bisschen Schnee, im Westen auch Regen. Die Temperaturen ändern sich wenig und in der nächsten Woche kommt deutlich mildere Luft und ein Hauch von Frühling mit Sonnenschein und zweistelligen Werten.